Wir feiern einfach nächste Woche wieder hier auf diesem Platz den 26. Jahrestag des Mauerfalls der DDR. Fertig, aus! Das Problem, das eigentliche Problem, was wir hier in Leipzig haben, nächste Woche Montag, ist ein ganz anderes. Und das haben wir auf einer Veranstaltung in der Thomaskirche zu erfahren gebracht. Hinter uns in die alte Pelzbude sollen ja die neuen Bewohner kommen. Da ist das Ankunftsdatum der 9.11. Und da wollen die Leute wahrscheinlich nicht gestört werden durch unsere Anwesenheit oder wie auch immer. Aber, und ich denke, da brauchen wir nicht drum herum reden, wir sind nicht das Problem. Das soll nicht unser Problem sein. Und wenn die Herren von der Gegenseite oder vereinzelte Herren von der Gegenseite an dem Tag beweisen wollen und ihre hässliche Fratze zeigen wollen, dann sollen sie das bitte tun. Aber sie sollen uns nicht damit in Verbindung bringen. Des Weiteren hat der Polizeipräsident Merpitz im Volksmund, wird er auch gerne mal Wodka-Merpitz genannt, an diesem Tag verlauten lassen, dass es doch in Leipzig keine Probleme weitergebe. Und auf die Frage, was man denn an der Stadt verbessern könnte, wusste er keine Antwort. Er hat aber dann schlussendlich Medienwirksam hinzugefügt. Legit, da wäre vielleicht ein Problem, das könnte man weglassen. Aber sonst wüsste er leider nichts. Ich denke, ich denke, das ist einfach nur Ratlosigkeit, die sich hier breitmacht. Die Leute haben keine Argumente mehr. Die Leute weichen Fragen von besorgten Anwohnern und von besorgten Geschäftstreifenden hier in der Nähe aus. Es werden keine konkreten Antworten gegeben. Und alles, was jetzt hier in unserer Stadt passiert, an negativen Dingen, wird irgendwie noch versucht zu verschleiern, unter den Tisch zu reden und so weiter und so fort. Und das zeigt doch, wie sehr es um die Sicherheit hier in Leipzig bestellt ist und wie weit dieses BRD-System am Ende ist. Es wird nur noch rundherum geredet, niemand spricht mehr an, wie weit wir eigentlich hier in der auf gut Deutsch Scheiße sitzen. Und das hatten wir schon mal vor 26 Jahren. Da wurde auch nur noch beratschlagt und beratschlagt, aber keiner ist mehr zu einem Ergebnis gekommen. Und irgendwann wurde dann mal eine Mauer aufgemacht. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier auch an diesem Punkt sind. Es macht sich Ratlosigkeit breit. Und es wird die Lösung aus der Bevölkerung sich irgendwann durchsetzen müssen. Das wäre unser erster Punkt, oder Freunde? Es gab sogar, das wollte ich noch kurz erzählen, das hatte ich mir hier aufgeschrieben. Es gab sogar in der Thomas Kirsche welche, die haben doch geklatscht, als gesagt wurde, in Leipzig ist alles in Ordnung. Also entweder haben die Leute dafür Geld gekriegt, oder ich weiß es nicht. Wir leben komplett in einer absolut anderen Realität, als wir das tun. Und das ist wirklich traurig. Ich habe jetzt hier eine Botschaft an den Herrn Merpitz, an die liebe Polizei und das liebe Ordnungsamt, an die lieben Händler und auch an die liebe Lügenpresse. Ist es denn nicht eher die steigende Kriminalität, die Arbeitslosigkeit, die Vergewaltigung, die steigende Gewalt, die Inflation, unsere immens steigenden Staatsschulden, die Eurokrise, die damit verbundene sinkende Kaufkraft und jetzt schlussendlich auch die sogenannte Flüchtlingskrise, die diese Stadt, die auch den Einzelhandel in der Stadt, die unser Land und auch ganz Europa so sehr belastet, dass es sie langsam in die Knie zwingt. Wir lassen uns nicht länger verarschen, weil diese Fakten sind eindeutig. Unsere Reaktion und unser Entschluss auf diese ganzen Besprechungen und auf das, was hier alles in den letzten Wochen passiert ist, ist eindeutig. Wir haben vorige Woche beim Ordnungsamt diesen Platz bis Ende nächsten Jahres, Montag für Montag, angemeldet. Und wir werden hier stehen, solange bis sich etwas ändert. Vielleicht habt ihr ja verfolgt, was auf Bundesebene gerade beratschlacht wird. Die Leute treffen sich stundenlang, kratzen sich gegenseitig die Augen aus mit null Ergebnis. Dabei ist die Lösung doch ganz einfach. Wir müssen doch einfach nur unsere Grenzen dicht machen. Wir müssen doch einfach nur aussortieren, wer hierher kommt, kritisch und nur unsere Gesetze einhalten. Was ist daran so schwer? Was gibt es daran zu diskutieren? Wir müssen doch einfach nur die Leute, die hier nicht hergehören, wieder zurückschaffen. Wir müssen doch einfach nur die öffentliche Sicherheit wiederherstellen. Und dann können wir auch gerne die zehn Thesen von Pegida durchsetzen. allem voran die direkte Demokratie. Und da können auch die Leute, die hinter uns stehen, sich gerne mit einem Nein beteiligen, wenn ihnen irgendwas nicht passt. Aber sie müssen sich doch nicht hinter uns stellen, unsere Autos anbrennen, irgendwelche Steine werfen oder sich Hanebüchen und Blödsinn ausfinden lassen, denen sie den Leuten da drüben erzählen, die das auch noch glauben. Nur damit eventuell ihr Posten noch eine Weile gesichert ist. Weil um was anderes geht es den Leuten, die da drüben sprechen, nicht. Die nächste Lösung, die allerdings ein bisschen schwieriger ist, aber auch das ist zu realisieren, sind der Ausstieg aus der EU und aus dem Euro, die uns nicht ansatzweise das gebracht haben, was uns versprochen wurde. Und das können wir und werden wir erreichen, zusammen mit allen Völkern Europas, die jetzt erstarken und sich ihre Macht zurückholen, so wie das in Frankreich und in Polen aktuell sehr gut passiert. Ich denke auch Schweiz, Österreich und Dänemark und eventuell Schweden werden wir als starken Bündnispartner haben. Und wir werden tun, was nötig ist, um unsere Zukunft zu retten und uns ein Europa, ein friedliches, starkes Europa zu schaffen, so wie es einfach menschenwürdig ist.